So, 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 Hallöchen, Hallöchen, willkommen, da ist er wieder live und ich habe die Kamera irgendwie mit dem Arbeitsrechner immer verstellt, die merkt sich halt ihre letzten Einstellungen, das finde ich semi gut, es gibt zwar Presets, aber irgendwie ist das Preset nicht abspeicherbar und dann zoomt die, weil ich auf Arbeit ein bisschen anders sitze, zu doll ran, finde ich nicht ganz so geil. Aber wir kriegen das ja alles hin, die Kamera ist jetzt sogar fast mittig, perfekt, Hallöchen, ein neuer Tag und es ist ein Montag, oh ja, die Montage sind immer ganz schlimm, aber ich denke die meisten haben ihn hinter sich, ich habe ihn zumindest geschafft und wir wollen heute wieder unsere Standardrunde Geotastic machen, nicht wahr? So, ihr kennt es, einfach ein bisschen rumraten und danach will ich unbedingt Steam World Build weitermachen, ich denke nur nicht, dass da noch mehr Inhalt für drei Stunden drin ist, aber ich lasse mich eines besseren belehren. Mal gucken, wie weit wir da kommen, wir waren jetzt auf Ingenieur-Level, nee, nicht Ingenieur, Wissenschaftler-Level, haben die ersten Wissenschaftler gehabt und ja, das kommt dann danach. Jetzt erstmal bei Geotastic und mal gucken, wo es uns heute da in diesem schönen Spiel hinverschlägt, ich bin schon gespannt. Wir haben es jetzt drei Tage nicht gemacht, ja. Und, oh stimmt, es gibt ja den Adventskalender, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Oh, 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 habe ich ganz vergessen. Oh, oh, wo sind die vier? Was ist denn in der vier? Was? Drei, fünf, elf, acht, vier. Genau in der Mitte. Daily Challenge. Okay, es gibt eine Daily Challenge. Aha. Aha. Was ist denn die Daily Challenge? Wir gucken mal. On a bridge, free movement. Okay, sieben Drops, zwei Minuten. Klingt doch nach einer Sache, die wir uns am Anfang angucken könnten, oder? Also ich bin da, glaube ich, warum nicht? Pinpointing, play the challenge now. Gucken wir einfach mal, wo wir landen. Auf jeden Fall auf einer Brücke. Wir haben nur zwei Minuten. Das macht es natürlich umso brisanter, aber auch für den Anfang, glaube ich, ein gutes Ding einfach vorne weg. Ein riesiges Flussbett. Und der trocknet aus. Puh. Vegetation sieht osteuropäisch aus ein bisschen, nicht? Ah, obwohl die da hinten nicht. Es scheinen verschiedene Klimazonen hier zu geben. Hm. Interessant. Manchmal helfen einem die Poller. Rechtsverkehr haben wir auf jeden Fall. Sonne steht im Norden. Das heißt Südhalbkugel. Südhalbkugel. Ja. Südhalbkugel. Rechtsverkehr, Südhalbkugel. Gelbe Straßenmarkierung. Ähm, ups. Könnte... Südafrika haben die Linksverkehr. Argentinien. Uruguay. Uruguay. Haben die hier einen dicken Fluss. Die Brücke geht Nord-Süd. Norden-Osten. Ne, die Brücke geht genau andersrum. Ich sehe aber auch keine Stadt. Sehr flach. Ähm, da ist keine Brücke. Stadt sehe ich nicht. Vielleicht auch eher Argentinien. Aber die Flüsse müssten ja austrocknen. Argentinien. Es war Argentinien. Okay. Rio Blanco. Okay, der trocknet also aus. Hm. Interessant. Hätte ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich gestehen. 1.950 Punkte nur. Auf zur nächsten Brücke. Wenig Bäume. Irgendwo Norwegen vielleicht. Hotel. Könnte verröhr sein. Irgendwie sowas. Vielleicht. Hm. Ja, ich würde eher sagen, Norwegen. War für Norwegen vielleicht zu schwach, äh, zu schwach, zu flach. Könnt ihr mal gucken? Es könnte schon hier oben irgendwo sein. Und die Brücke geht West-Ost. Also so. Hm. Hm. Ja, das kann so ziemlich überall sein. Könnte auch irgendwo Schottland sein. Irland. Vielleicht hier oben in England. Hier oben. Könnte es genauso gut sein. So, die Sonne. Hm. Ist im Südwesten, würde ich sagen. Ist das die Sonne? Ist das die Sonne? Westen. Aber eher südlich. Äh. Wie viele Sekunden haben wir noch 22 Sekunden? Äh, hier geht eine Straße West-Ost. Hier ist ein Fluss, äh, sagen wir hier. Keine Ahnung. Doch, Island. Oh, so viele Bäume auf Island. Oh, die hätte ich nicht erwartet. Oh, die geht aber auch fies West-Ost. Gar nicht so doll. Aber ich glaube, die muss man echt kennen, die Brücken, um das hier gut zu können. Afrika vielleicht? Linksverkehr, Südafrika, nicht? Obwohl ich eher Kenia oder sowas gedacht hätte bei dem Auto. Die Brücke geht nord-westlich. Norden, Osten, Süden, Westen. Also eher so. Hier ist ein Damm. Das klingt gut. Zwei Meter. Bitte? Ha, 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 ha. Okay. Also ich sag mal so. Von allen möglichen Stellen, die man auswägen kann, wirklich die auf zwei Meter zu finden, da hätte ich ja nicht mit gerechnet. Okay. Ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn, würde ich dazu sagen. Warum nicht? Israel, Jordanien, auf jeden Fall, könnte bei Bethlehem sein. Yarech, Al-Ran. Mhm, 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 mhm. Die Frage ist nur, wo? Ist ja nur eine Autobahnbrücke. Ich würde fast sagen, eine der Brücken hier irgendwo. Was haben wir da noch? Yarech, Yarech, Al-Yon, die da sieht man aber kaum. Ah, mhm, mhm, mhm. Al-Raaah. Yarech, Al-Jion. Yarech. Ähm, okay. Ich klicke erst mal irgendwo hin bei einer Minute. Nicht, dass ich gar keine Punkte kriege. Yarech, Yarech, Al-Asraq. Ah, das könnte... Vielleicht wird es auch anders geschrieben. Das hatte ich auch schon. Ähm. Gut, muss ja eine Autobahn sein. Das hier ist Nord-Süd. Ja. So gut wie alles andere. Da oben wäre es gewesen. Aber 5800 Punkt ist noch stark. Ist sogar ein Kleeblatt gewesen. Okay. Das hätte helfen können. Habe ich nicht gesehen, muss ich gestehen. Gut, ich habe vielleicht auch nicht mich genug umgeguckt. Al-Asraq, da ist es. Wahrscheinlich hätte ich dann eher da hingeklickt. Dann wäre ich noch weiter weg gewesen. Gut. 5 von 7. Oha. Rio, Sao, irgendwas. Aber wir können uns sogar bewegen. Das wusste ich gar nicht. Okay. Das hilft dir aber auf jeden Fall. Ähm. Makao. Äh, äh, äh. Wo bist du Makao? Singapur natürlich. Hongkong meine ich. Hongkong. Und wo ist jetzt das? Tung. Schung. Tung Schung. Gut, das kann ja nur hier irgendwo sein. Und das muss eine Brücke sein. Appelei Show. Oha, sehr bergig auf jeden Fall. Und da könnte offenes Meer sein, Richtung Nordosten. Und bei der 8. 52 Sekunden. Wo ist die 8? Da ist die 8 nach Nordosten offenes Meer. Okay. Wird es bei der 8 nicht geben. Dann sind wir hier vielleicht. Äh, wie geht die Brücke? Ost-West. Nee, dann können wir nicht auf der sein. Hier, das könnte... Ist da eine zweite Brücke bei uns? Nee, oder? Doch, da. Im Nordosten. Die vielleicht. Das sieht vielleicht so aus wie unsere. Hier würde mir die zweite Brücke halt fehlen. Da hinten sogar. Ach, die 8 geht hier lang. Ah, okay. Ja, mit mehr Zeit. Macht auch mehr Sinn. Und dann wäre Nordosten auch mehr offenes Meer. Gut. Ja, verstehe. 5.919 trotzdem noch okay. Wo sind wir denn hier? Island. Äh, Island, Irland. Äh, wir können ja fahren. Ach, sagt mir das auch. Isle of Man eventuell. Aber die Straße ist so breit. Das ist Nordengland, oder? Eidrochtana. Die schreiben da auch so komisch. Nähe Schottland. L1017. Entweder da oder da. Ich würde dann eher hier mitgehen, nicht? R. Wo ist L? R. Oder ist das Nord-Süd-Irland dann? R. Nee. Die haben das System von England, nicht? Was hat Isle of Man? Die haben auch die A23s und so. Okay. Die sind also auch nicht dort, sondern irgendwo hier vielleicht. L für Left. Macht auch keinen Sinn, oder? Wahrscheinlich Landstraße. Ich seh kein L. Das macht mich ein bisschen unglücklich. England, du hast doch auch kein L. Wir haben noch 37 Sekunden. Die hatten hier mal B. Ah, stimmt. Die hatten B. Aber warte mal. Wenn die R haben, die B, dann sind wir in Jersey. Oder? Ich weiß nicht, wieso, aber... Die haben aber auch B. B. Ich weiß nicht, welche Insel denn L hat. Die haben auch B. Okay, ich entscheide mich nochmal ganz schnell um. Da. Da. Ah, ich wollte noch nach Limerick klicken. Aber okay, war besser. Da oben. Okay, die L steht nicht dran. Ah, ja, gut. Ah, da. Das ist kein richtiges Schild. Das ist nur ein Straßenname. Und die letzte Brücke kommt jetzt. Die letzte Brücke. Rechtsverkehr. Verkehr. Welcome to... Vienna. Vienna. Venua. Wetlands. Steffen the Crossing Hilft nicht, wirklich nicht, könnte Kanada oder sowas sein, Mattis Point? Puh. Wie geht das hier? Das geht Süd-Nord. Die haben halt sehr viel Wasser. Hier ist ein Fluss. Sieht zwar nicht so aus wie hier. Erstmal wohin klicken. Stand da noch? Port O. Es ist nichts für alte Leute, mit Zeitdruck hier zu arbeiten. Porto Peninsula. Steven will crossen. Porto Port Peninsula. Okay, also eher Richtung Wasser vielleicht. Könnte im Westen Wasser sein. Das heißt, wir können hier irgendwo rumduddeln. Machen wir es einfach dahin. Bang. Ach, genau auf der anderen Seite. Steven will. Okay, muss man kennen. Mattis Point. Okay. Hier raus, offenes Meer. Na gut. Ja, die Runde war mit am schlechtesten. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr gucken sollen. Aber hey, wir haben es erstmal grundlegend geschafft. Das ist doch gar nicht so schlecht. Platzierung, äh, will ich gar nicht wissen. War okay. Äh. WellFight Users. Show. Friends. So, wir haben Platz 23. Insgesamt. Wow. Okay. Ja, mit der letzten Runde, da hätten wir auf jeden Fall... Hätte ich gewusst, dass man sich bei den ersten beiden bewegen kann, hätte ich vielleicht mehr Punkte rausgeholt. Danach ging es ja. Nur bei der letzten habe ich irgendwie komplett verduselt. Wie ich das hier gefunden habe, das war echt ein blindes Huhn. Findet auch mal ein Korn, nicht? Einfach reingeklickt und gefunden. Sehr, sehr merkwürdig. Okay. Ja, Runde eins und zwei. Hätte ich da vielleicht noch wenigstens 1000, 2000 Punkte mehr rausholen können. Schade. Gut. Beim nächsten Mal weiß man das vielleicht. Ja. 23. Aktuell. Nicht? Heute Abend werden noch ganz viele spielen. Da werden wir viel, viel weiter nach hinten rutschen. Ja, aber wir werden auf jeden Fall nicht letzter. Das ist ja schon mal viel wert. Das zählt für mich schon als Gewinn des Tages. Das war eine schöne Weihnachtsrunde vorneweg und jetzt machen wir unseren normalen Content. Wir laden die vorausgeladenen Einstellungen und starten auf einer Brücke. Das kann doch kein Zufall sein. Hm. Das kann doch kein Zufall sein. Ich muss mal kurz hier noch das Licht wechseln. Jetzt haben wir ja alle Zeit der Welt. All around the world. 23 Sekunden. Hä? Ne, ne, ne. Preset. My Preset. Unendlich Zeit. Starten. Ach, die Zeit zählt hoch, nicht runter. Okay. Habe ich mir den schönen Spot mit einem nicht so schönen Spot versaut. Winter Wonderland Farben. Jawoll. Die will ich heute haben. Aber ich muss unbedingt Homeoffice Sachen ablegen und mal morgen duschen gehen. Haha. So, unsere schöne Thailand Runde beginnt. In den nächsten Stunden werden wir schön durch Thailand gucken. Im Zweifel noch Indonesien oder Philippinen. Philippinen wäre mir eigentlich fast am liebsten. Aber das sieht nach Thailand aus. Zumindest kein Angkor Bier. Hier. Das ist aber eine indonesische Flagge gewesen dahinter, nicht? Oder? Na, das könnte auch nur ein Schirm sein. Ich habe noch kein Schild mit der Sprache gesehen. Da. Thailändisch, nicht? Gut. Dann ist das geklärt. Würde auch den Schrein erklären. Maximal noch Kambodscha, aber den hätten sie Angkor Bier gehabt. Feldarbeiter. Aber ich glaube, da vorne ist eine große Straße. Eine sehr große Straße. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das sieht doch schön wieder aus wie eine 1013 oder 3023, wo wir die letzten Male waren. Ja. Das heißt, wir fahren wieder, bis wir diesen Seitenstein finden. Und dann wissen wir genau, wo wir sind und haben es dann erfüllt, würde ich sagen. Spätestens jetzt wüssten wir, wo wir sind. Gut. Ein thailändischer Traktor kann ja auch nicht in Thailand fahren. Darf man nicht vergessen, aber ist sehr unwahrscheinlich. Und, wow, wir sind sogar in einer Gegend, wo es richtige Schilder gibt. Und M-M-M-Maximum. Hallöchen. Na? Jetzt machst du meine schöne Lichtstimmung kaputt. Schäm dich. Schäme dich. Mein Winter-Wonderland einfach gekillt. Na, schade, dass der nicht die Standards unterstützt in der freien Version. Tsungsi Udom. Habe ich auf jeden Fall auch zum Essen. Aber hier stehen zwei Straßen sogar. Wie geht's dir? Was hast du heute Schönes gemacht? Bist ja jetzt relativ regelmäßig da wieder. Das ist verwirrend und schön zugleich. Äh, Thailand. 2, 1. Aber ich glaube, die 24 kann man von hier oben durchaus spotten. Hier haben wir schon die 24. Jetzt nur 2.191. Ah, 22. Wir sind hier irgendwo in der Nähe. Ah. 92. Wie geht hier rum? Oh nein. Ist das wieder so eine... Warum nicht eine 91? Warum bist du nicht die 91? Vielleicht hier heißt das kurze Stück... Das kurze Stück heißt 91. Alles klar. Diesmal klappt das. Ähm. Und wir sind auf Höhe von... Tungsi Udom. Udom ist hier. Und wir fahren aktuell auf der 2100, nicht? Da ist auch Lotus Dead Udom. Dead Udom. Jaja, wir müssen direkt hier irgendwo drin sein. Aber werden wir erfahren, wie das hier heißt? Wahrscheinlich nicht. Oh, kacke. Aber wenn wir zum Start gehen... Wir sind auf Feldern. Wir sind nicht viel gefahren. Naja, ich habe Frühstück. Deswegen kann ich die Woche zuschauen. Das gefällt mir. Ah, perfekt. Ah, perfekt. Bis man es nicht lesen kann. Ich dachte, da steht International School of Business in Thailand auf Englisch. Frühschicht gefällt mir. Sag mal, du brauchst öfter Frühschicht. Außerdem macht Frühschicht nicht Spaß, nicht? Dann... Einen Satz lieber nicht. Ähm... Okay, aber ich glaube hier, das hilft nicht. Also wir fahren nach Nordwesten und kommen dann auf die große Straße. Nee, nicht nach Nordwesten. Wir biegen nochmal ab. Fahren dann nach Südwesten. Ah, das habe ich schon wieder vergessen. Gut, dass wir das nochmal fahren. Und dann sind wir direkt auf dieser Straße. Okay. Das heißt, unsere Straße geht nach Nordosten ab. Und steht sogar dran. Das wäre perfekt. Achso. Ja. Die Straße steht dran. Soltang Road. Gut, aber wir können ja nur aus einer Ecke kommen, wo man Nordosten und nur rumfahren kann. Das hier sieht eigentlich schon ganz gut aus. Dass wir hier stehen irgendwo. Hier so. Und dann fahren wir hier einmal rum. Oder hier. Weil hier ist ja die Stadt. Das wird eher nicht passen. Und hier haben wir schon die andere Straße. Also ich glaube nicht, dass wir da rauskommen. Irgendwo aus diesem Stückchen kommen wir. Und wie soll ich das jetzt einordnen? Nee, Frühschicht macht keinen Spaß. 3.30 Uhr Arbeitsbeginn. Ach komm. Hab dich nicht so. Wo gehobelt wird, da fallen Maximums. Oh. Mein Gelenk ist lose. Nicht gut. Das war purer Achselgeräusch gerade. Wow. Ah. Haben wir es wieder eingestellt? Ich bin noch nicht zufrieden mit der Kameraposition. Ich muss das Elgato-Stativ nochmal irgendwie anders aufbauen. Die hängt noch nicht so passend, finde ich. Ich meine, hier gegenüber ist gar nichts im Südwesten. Und hier sind überall Gebäude. Nur an der Stelle hier nicht. Wir haben aber auch echt nur so eine Mini-Straße. Hm. Hier ist ja sonst überall. Und das würden wir auch sehen, nicht? Ich würde fast sagen, wir sind hier irgendwo. Aber... Das sieht mir fast besser aus, dass wir hier hinten stehen. Wie soll man das rausfinden? Die Straße ist auf jeden Fall richtig. Haus Nummer 10 steht natürlich nicht dran. Das wäre natürlich zu schön, wenn hier Haus Nummer 10 jetzt auftauchen würde. Ein Elektro-Fachmarkt. Ich meine, das könnten schon die beiden hier gegenüber sein. Ist das eine Bar da hinten? Joa, wenn man wenigstens bündelig Feierabend hätte oder annähernd. Ja, das kenne ich. Aber das haben wir auf jeden Fall geschlossen im Team diskutiert und gesagt, naja, wenn er nicht fünf Mitarbeiter verlieren will, dann sollte das nicht mehr vorkommen. Und das hat gewirkt. Seitdem machen wir keine Überstunden mehr. Man muss sich halt immer zusammentun, nicht? Wenn ein Einzelner geht, das kann man immer abfangen als Mitarbeiter, äh, als Chef. Aber wenn eine ganze Gruppe sagt, Chef, ich bin jetzt weg, was soll die Scheiße? Dann kann das durchaus zur Existenzverlust der Firma führen. Und dann... Hier, guck mal. Provincial Kurt. Department Land of Traspuk. Und den Kurt habe ich hier nämlich gesehen. Municipal. Und hier ist der Provincial Kurt. Und wir sind auch in Det Udom. Dann wird das hier schon das sein. Rachen-Kar-Sheck-State. Wir können doch mal gucken. Rachen-Kar-Sheck-State. Was ist das hier? Na, kann ich nicht lesen. Gar kein Hinweis. Aber es sind durchaus diese großen Gebäude hier nicht. Das ist jetzt das hier wahrscheinlich. Munishipalati. Munishipalati. Ja, okay. Das passt auch. Dann müsste das an unserer Ecke, wo wir reinfahren, hier vorne, das hier müsste das Schicken-Ding sein. Strunz. Rachen-Kar. Rachen-Kar-Sheck-State. Rachen-Kar-Sheck-State. Ich nehme es mal hin. Da sind wir. So, und wir stehen jetzt an der ersten abfahrenden Straße vor der Kurve hier. Und die geht nach Südosten weg. Norden, Osten, Süden. Das heißt, wir können ja nur hier stehen. Kommt noch eine Straße nach rechts oben, dann wäre ich ganz glücklich. Bei uns wirkt das seit Jahr nicht. Minimum 10 Stunden. Damit bin ich ja einverstanden. Aber in der Regel sind das halt 12 bis 14 oder länger. Ja, gut. Das klingt nicht nach einem guten Deal, muss ich sagen. Es wird wahrscheinlich ja genauso wenig vergütet. Und... Ah, nee, wir stehen woanders. Guckt mal. Wir stehen viel, viel weiter hinten. Ähm, und denk immer dran, es dankt dir niemand und das vergütet dir keiner in deinem Leben. Aber ich kenne das ja selber, nicht? Anstatt sich was Neues zu suchen, wo man besser behandelt wird und mehr kriegt, bleibt man da aus falsch verstandener Scham. Ja, okay, das ist die Straße. Und dann kommen wir sogar von hier hinten irgendwo raus. Also wir fahren leicht um eine Kurve vorher nochmal. Sehen dann aber schon die Ecke. Das heißt, das könnte das hier sein. Dass wir hier stehen. Und ich sag mal... Ich drehe mich einmal noch um. Hinter uns kommt nichts mehr außer die Kurve. Das sieht gut aus. Bang! Drei Meter dreiundfünfzig. Haben wir. Das längste, was ich jemals gearbeitet habe, war... Da haben wir am Freitag um... Sechs Uhr fünfzig, sieben Uhr angefangen. Und am Samstag um zwei Uhr oder drei Uhr nachts aufgehört. Das war echt... Das... Das längste... Und danach war dann aber auch die Reißleine gezogen, weil man nicht mal einen Danke bekommen hat. Peru? Peru! Okay. Das war schon auch in meinem ersten Job. Irgendwann nachts mit nach Hause gefahren. Freundlicherweise wurde mir ein Taxi spendiert, weil ich war von da gar nicht mehr weggekommen. Es waren weder Züge nachts in Berlin. Damals. Und da habe ich gesagt, naja, also entweder gehe ich jetzt nach Hause und nehme die letzte Bahn oder ich kriege ein Taxi. Na gut, dann kriegst du ein Taxi. Da wollte ich dann aber auch nicht mehr bleiben. Also... Ich meine... So wie man ins Wald ruft, schalt das hinaus, nicht? Solange ich... Ja klar, kriegst du ein Taxi, damit du dann zu Hause kommst, wenn du hier schon die ganze Nacht für die Firma arbeitest. Kein Thema. Weißt du? Das klingt anders wie... Naja... Das eine Mal kann man es ja machen. Und wenn man dann irgendwie nur vom McDonalds einen Burger kriegt, anstatt was ordentliches zu essen, obwohl man schon bis nachts da gearbeitet hat und selbst keine Pausen machen konnte, finde ich sowas auch nicht okay. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Mitarbeiter wegrennen, ich war. Okay, wir sind auf jeden Fall in der größeren Stadt. Wenn wir jetzt noch rausfinden, wie die heißt, aber sieht mir fast schon nach Hauptstadt aus. Die ist viel zu ordentlich. Doch, es wird bezahlt, aber ich will nicht mein Geld mit Überstunden verdienen. Ab einer... Aber in meiner Branche brauche ich da nicht wechseln, das ist überall gleich. Ah, gut. Das Problem ist, einen anderen Job zu wechseln ist wahrscheinlich auch nicht angenehmer an der Stelle. Wenn man da quasi nochmal von vorne anfängt. Obwohl ich es mir eigentlich immer vorstelle, wenn man die richtigen netten Kollegen hat, dann kann jeder Wechsel cool sein. Aber genauso kann jeder Wechsel scheiße sein, nicht? Und ich bin eher so ein Rumsitzer, der immer... Da vorne steht doch was dran. An der gleichen Stelle bleibt und alles versucht gleich zu halten, anstatt wirklich mal was zu riskieren. Aber Risiko lohnt sich im Leben eigentlich immer mehr als nix zum tun. Shit, ich kann nicht lesen durch den Baum, was da steht. Haben die auf der anderen Seite ein Schild? Ja. Da sind auch keine Bäume. Avenue de Portugal. Oh ja, da waren wir schon mal in der Stadt. Die erkenne ich wieder. Mein Rekord kommt an deinen annähernd heran. Ja, nicht? Das ist... Ich meine, ist ja auch alles kein Problem. Man will ja auch nicht, dass eine Firma pleite geht, die einen bezahlt, nicht? Und wenn da zum Beispiel irgendwelche gesetzlichen Pflichten dranhängen und so Sachen, dann macht man das auch gerne. Nur wenn man dann dafür nicht mal einen feuchten Händedruck bekommt... Äh... Dann brauche ich das auch nicht weitermachen, nicht? Also... Hier wären noch Berge in Lima. Ist hier die Portugalstraße die große... Hier gehen viele... Brasil... Ja, ja, ja. Ugada, December, Bolognese... Und das finde ich halt das Komische, nicht? Und dann kommen irgendwelche Leute, die gefühlt nie was machen und ständig... Oh, das hast du gut gemacht. Das mach weiter so. Und du denkst ihnen nur so... Der hat eine scheiß Exit-Tabelle ausgefühlt. Das mache ich 80 Mal am Tag und kriege kein Danke dafür. Venezuela... Argentinier... Bervanandes... Komm, du bist doch Portugal. Nee. Emler Fossett... Vail... Peru... Universidad... Joscurande... Äh... Wie verläuft die denn? Nord-Süd... Okay. Aber das ist ja nicht die... Avenue... Avenue... Portugal... Dingens... Hier vorne steht wahrscheinlich dran, wie die Straße heißt vor uns. Ähm... Avenue de los Grandos... Via... Inter... Soenia... La Victoria... ... Buenos... Amigos... Amigos... Gibt immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer anderen Stadt sind. 13 Uhr angefangen, bis 3.30 Uhr gearbeitet und dann mit drei Kolonien Dienstwang 120 Kilometer zum Lehrgang gefahren, der um 6 Uhr begonnen hat, um 15.30 Uhr geendet hat. Energie hat da meinen Tag gerettet. Energy, meinst du? Ah, okay. Ah ja, das ist... Aber gut, wenn man nicht alleine ist, geht es immer noch anders, nicht? Wenn man sich allein gelassen fühlt... Mein... mein Ding ist abgerutscht. Äh... Wenn man sich allein gelassen fühlt, dann ist es immer noch mal schlimmer, wenn man keine Unterstützung und Hilfe hat. Wenn man dann aber zusammen im Team auch, sag ich mal, leidet, dann ist es noch mal ein bisschen erträglicher, auch wenn es keine gute Situation ist. Weißt du, und dann gibt es aber die, die die ganze Zeit irgendwie für eine 3-Stunden-Woche auf die Straße gehen und die, äh... ganzen Züge stehen lassen und da habe ich dann auch wenig Verständnis für auf Dauer. Ich meine, das machen sie ja nicht einmal in allen... alle 30 Jahre, sondern das machen sie ja irgendwie ja ständig. Wenn ich so viel Erhöhung wie die bekommen würde, wäre ich ja Millionär, ganz ehrlich. Also ich wäre schon um eine einprozentige Gehaltserhöhung mal zufrieden. Geschweige denn eine dreiprozentige. Hm... The Los Grados. Also die gelben habe ich gescheckt, nicht? Die waren das jetzt auch nicht. Passt irgendwie gar keiner der Namen. Was hat denn Peru noch für große Städte? Gut, es könnte auch irgendwo ein Teilbereich sein. Die haben doch sonst... nicht so eine großen... Städte. Ich meine, ich sehe im Hintergrund, in welche Richtung sind denn Berge? Äh... Richtung Westen. Norden, Osten, Süden, Westen. Richtung Westen sind Berge. Okay... Richtung Westen sind Berge. Es ist ja auch recht grün hier, nicht? Und es gibt Palmen. Aber hier könnte auch ein Berg sein, Nordosten. Okay, wir fahren mal... Wir versuchen mal weiter aus der Stadt rauszufahren. Oder irgendwo was zu lesen, wo wir sind. Und... Bei anhand des Straßennamen finde ich es jetzt nix. Dezember... Bei Dezember hatte ich gefunden. Avenue der Dezember... Dingens. Die war hier irgendwo... Äh... Von diesem Stern-Ding. Wo war der? Ja... Venezuela... Arica... Tiongo... Venezuela... Ne, der war irgendwo... Hier, da... Der da... Brasil... Dezember... Okay... War das hier neunter? Stand nämlich hier gerade am Gebäude beim Vorbeifahren. Äh... Nouveau... Ja, die Kollegen kenne ich auch privat. Da hat es sich in Grenzen gehalten. Ja... Dann kann es man zumindest besser verschmerzen. Ah, sechs. Das hier ist neun, natürlich. Wäre auch zu einfach, wenn es die Straße nur einmal geben würde. Ebenetschi... Und Co. Die würde ich gerne finden. Aber gut, fahren wir weiter. Aber holen konnte man sich trotzdem nicht, weil der Lehrgang an einem Samstag war. Also vom Freitagmittag bis Samstagnachmittag gearbeitet. Und dann wahrscheinlich noch ne normale Woche hinterher, nicht? Am ersten finde ich dann so Aussagen wie, ja, ja, da kann man mal einen freien Tag, äh, äh, dann irgendwann ansetzen. Und immer, wenn es soweit ist, äh, das geht, jetzt ist es wichtig, jetzt ist es wichtig. Und denkst auch nur so, äh... Gut, obwohl sich in den letzten Wochen deutlich gebessert hat, weil unser Projekt gerade ganz gut abgeschlossen ist. An dem ich gearbeitet hab. Und da erstmal Feedback eingeholt werden muss. Und anscheinend das Feedback bisher noch nicht ganz so schlecht ist, was ich gesehen hab. Also bis jetzt kamen keine Rückläufer im großen Stil. Von daher... Hallo Sir Lexalort. Willkommen. Eine normale Woche hinterher. Ja, das ist... Ich mein... Ich weiß immer nicht, wieso Chefs ticken nicht. Aber die haben anscheinend ein anderes Gen oder so. Dass sie das irgendwie anders wahrnehmen. Hmm... Hmm... Booket... Okay... Die ganzen Straßennamen sagen mir irgendwie nicht... Da steht... Ah, schade, ich dachte hier... Rico Koka... Da steht, glaub ich, ein Stadtname... Carolina... Ah, besser krieg ich's nicht rauf. Da ist ein anderes Schild davor. Wer baut das denn so? Rico Koka... Das heißt eher am Wasser. Ah, wir können uns irgendwo hier... Aufhalten. De Playa, das hab ich nicht gelesen. Balter... Avacino... Wie heißt die? Brasil... Rojse... Berletto... Boah... La Paz... Rio heißt Fluss. Ah... Guter Hinweis! Rio Rimac... Kein guter Hinweis. Aber danke, ja... Nee, nee, gar nicht schlecht. Chilon... Was haben die hier unten? Rio Lurin... Ah, dann... Dann ist meine Annahme vielleicht richtig, dass das... Surco... doch eine andere Stadt ist. Ich kenn nur keine andere große Stadt in Peru. Das ist mein Problem. Was haben wir hier oben? Cudebra... Huia... Coloro... Shanshai... Oh, im Winter trinke ich gerne mal einen Shai Latte. Was ist denn mit Schimbotte? Die haben auch einen Fluss. La Caramcara... La Carolina... Und im Westen sind Berge, nicht? Da frage ich mich immer noch, wie das gehen soll, am Wasser, aber im Westen Berge zu haben. Gut, das... Hier würde man das hinkriegen. Ja, die Stadt sieht mir zu groß aus, von den Ausmaßen, als dass es nicht die Hauptstadt ist. Du bist später beim Türchen dabei. Ich... Du meinst, die Brücken, die haben wir schon gemacht vorhin, als allererstes. Die haben wir schon durch. Ich... Und leider... Einen richtig guten. Und zwei habe ich am Anfang nicht gewusst, dass man sich bewegen kann. Ah, das war ein bisschen blöd. Und das letzte habe ich richtig verkackt. Sonst hätten wir eine bessere Position gehabt. Ich schätze nordöstlich, im Süden ist trockener. Ja, ja... Das Problem ist, es passt alles irgendwie nicht so. Also ich... Wo... Vielleicht... Huancunko... Mantaro... Kunkas... Wer hast du? Shukalas... Aber Terminal klingt ja nach... Es muss ein riesiger Fluss sein... Dass da auch Boote durchkommen. Aber ich kenne sonst... Äquitos... Das ist alles so klein. Amazonas... Nebenfluss... Ganz nordöstlich würde ich sagen... Bei Shikalako... Okay, da gucken wir... Norden... Osten... Shikalako... Das hatte ich doch eben gesehen... Shikalaiko... Das da meinst du? Oder Shilakau... Nordöstlich wäre hier... Westlich... Okay... Ryo... Ryo... Chanchai... Ah, aber hier sind kleine Flüsse noch mittendrin... Aber... Ja, da würde ich nicht Terminal ranschreiben, nicht? Da würde ich nicht erwarten, dass man damit in das... Meer fahren könnte. Wir können ja mal gucken, wie die Straßen hier heißen. Ja, die Straßennamen passen nicht... Das ist hier nicht... Eine... Also wir kennen alle großen Straßennamen... Hier ist der 9. September... Also wir suchen den 6. Dezember... Portugal suchen wir... Und... Noch irgendwas... Wenn ich sehe, weiß ich es wieder... Ja... Hast du eine Fullscore-Challenge? Ja, ich spiele immer 5 Runden... Und unbegrenzt Zeit... Volle Bewegung... Weil ich gerne nebenbei rede... Und ich mag diesen... Zeitfaktor nicht... Ich mag es lieber genau zu sein... Ich verstehe nur, warum die meisten oft Zeit machen... Weil das der einzige Faktor ist, wie man es vergleichen kann... Und verhindern kann, dass jemand in der Zeit das ergoogelt vielleicht... Ähm... Aber wir... Liebe entspannt... Wir haben ja Zeit... Ich fahre einfach mal ein bisschen weiter... Mehr Hinweise... Vielleicht steht ja irgendwo dran, in welcher Stadt wir sind... Dass hier ein Stadion kommt oder sowas... Municipal de... Pinscher... Atahulpa... Olympisch... 1951... Das kann nur die Hauptstadt sein... Oder in der Nähe... Atahulpa... Die haben noch nicht irgendwo im Dschungel 1951... Äh... Olympische Spiele veranstaltet... Nach dem Krieg... Pinscher... Ist das eine Hauptstadt... Hier da drumherum... Ich bin No Blink Enjoyer... Äh... Bedeutet... Auch ruhig... Oder... No Blink... Es muss so schnell gehen, dass man nicht mal blinzeln kann... Dann wäre da... Äh... Die dritte Runde aus dem Kalender heute was für dich... Die habe ich auf zwei Meter... Mit einem Zoom quasi hinbekommen... Hehehe... Durch... Reinen Zufall... Aber dieses Video... Die hier dürfte sogar schon erst im nächsten Jahr kommen... Oder zu Silvester... Irgendwie so um die Zeit kommt das VOD davon... Oder auf Twitch halt nachgucken... Riosuppe... Atta... Hulpa... Pinscher... Aber ja... Hier unten würde ich auch sagen... Das eigentlich zu... Äh... Zu trocken ist... Park Industrial... Wie heißen die Straßen hier? Inkas... Carreras... Ne... Das ist so nicht... Was ist die Nebenstadt? Carrera... Ajuja... Hm... Ich meine gut... Da kann alles stehen... Ich bin nicht der... Äh... Ayuchu... Ne... Atulpa suchen wir... Ich... Das könnte ja auch heißen... Stadion Olympisch... Und Atulpa ist ein Baum... Weißt du? Keine Ahnung... Und Deportiva... Depincher... Kann ja auch heißen... Äh... Hunderasse... Keine Ahnung... Dafür reicht mein... Mein Spanisch denn auch nicht... Oder meine... Übertragungsfähigkeit auch irgendwie nicht... Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen... Dass man hier... Äh... Im Nirgendwo was gebaut hat... Das ist hier mit Piura... Aber da gibt's auch nicht... Okay... Der Fluss hat wieder keinen Namen... Hier ist aber die Bolognesi... Wenn die jetzt noch ne Portugal haben... Ne... Ne... Gullmann... Alle haben ne Grau... Sanchez... Ne... Ist es auch nicht... Die Portugal muss ne riesige Straße sein... Die muss man erkennen können... Die hatte 6 Spuren... Auch die Dezembri hatte irgendwie 6 Spuren... Wir sind mitten in ner... In ner Hauptstadt... Oder... In ner Innenstadt... Nicht Hauptstadt... Und wenn da Porto und irgendwas dran steht... Ich meine nicht, dass wirklich hier so ein kleines Nest das ist... Und wir wirklich nur eine so ne große Kreuzung haben... Auf der wir genau gelandet sind... Schimpotte... Und im Westen müssen Berge sein... Wie will man denn im Westen Berge hinbekommen... Und gleichzeitig aber nen Fluss... Haben können... Das macht mich alles ein bisschen unglücklich... Ich kann mir halt nur vorstellen, dass wir irgendwo hier hinten drin sind... In so ner Ecke... Hier oder so... Wer ist du? Interpendencia... Oder vielleicht hier? Wie heißt denn der Fluss? Chilon... Rio... Vantanilla... Salvador... Pancha Macca... Irgendwo um die Hauptstadt herum könnte das natürlich auch sein... Aber... Das sind alles so kleine Orte... Das fühlt sich... Falsch an... Also wenn die sogar ein Olympiastadion haben... Und so riesige Einkaufszentrum... Und da im Westen sind riesige Berge... Das ist eine Frage... Atapultia könnte sowas wie Olympiastadion... Äh... Im Bezirk halt sein... Das hilft mir halt auch nicht... Äh... Deportiva ist eine Region... Schau mal an die Grenzen... 0,5 Sekunden und dann schwarzer Bildschirm... Ah... Okay... Das bedeutet das... Puh... Schau mal auf die Nummernschilder... Die sind rot... Ja sowas hilft mir nicht... Ich muss einen Hinweis immer finden... Wo wirklich was dran steht... Ob die nun rot oder blau sind... Das ist ein Hinweis... Der kann anderen helfen... Der hilft mir aber nicht... Dem werde ich mir auch nicht merken können... Das sind so Sachen... Genau wie die Antenne am Auto... Wenn die im Pixel nach vorne guckt... Das ist für mich kein Hinweis... Ich... Ich muss wirklich so... Ich muss es in die Fresse kriegen... Das ist immer meine Aussage... Irgendwo muss wirklich stehen... Ihr bist du... Du Idiot... Ui jo... Okay... Ich meine... Vielleicht sind wir auch nicht im... Äh... Peru... Nicht? Ich habe nur überall... Peruanische Flaggen gesehen... Und bin jetzt davon ausgegangen... Dass wir in Peru wären... Aber es könnte natürlich genauso gut... Irgendwo ne... Gemeinschaft von Peruanern... In einer Stadt in Argentinien sein... Ähm... Von daher ist da noch gar nichts gesichert... Ich habe noch nicht... Punkt... PH... Oder was Peru hat... Du siehst du... Nicht mal das weiß ich... Wenn ich sehe... Würde ich googeln... Was die Abkürzung ist... Weil ich es mir echt nicht merken kann... Ja ja... Die großen Schilder nach vorne... Da stehen die... Äh... Straßennamen dran... Die haben wir schon gefunden... Nicht? Der Los Grandos... Rio Coca... Hatten wir... Ah siehste... Rio Coca war sogar nur eine Straße... Äh... Rio... Äh... Ne... Der Portugal... Hatten wir... Der Dezember 8... Hatten wir... Die Straßen sind alle um... So oder... Größer sogar... Dominos... Norte... Aber da geht es auch hoch... Simon... Bolivar... El Inca... Ok... El Inca hatten wir aber schon... Ähm... Vorhin gefunden... PE wäre das... Ah... Guck mal... Wenn du hier startest... Könntest du auch denken... Du bist in Südkorea... Im ersten Moment... Mit dem Blick da drauf... Vorher muss das zur Corona-Zeit... Aufgenommen worden sein... Und die... Die Palm machen mich insofern stutzig... Dass die eigentlich eher... Wassernah sein müssten... Ich glaube kaum... Dass die woanders... Groß hinkommen würden... Oh... Oh... Das Auto... Uh... Eieieiei... Oh... Dass das noch... Äh... Ne... Ne... Zulassung bekommen hat... Haben die sowas überhaupt... Da drüben... Mit Zulassung? Hast du Narko geschaut? Ne... Ich habe leider wenig... Serien geguckt... Und je mehr man streamt... Desto weniger Serien guckt man... Weil man gar keine Zeit mehr... Zum gucken hat... Also gerade weil ich täglich streame... Oh... Deutsche Autos... Opel... Okay... Ich... Ich will eigentlich versuchen... Aus der Stadt rauszukommen... Sie ist halt nur so riesig... Hier ist so ein Sternenverkehr... Hm... Okay... Die haben wir ja schon mehrfach gesehen... Wir könnten gucken wie... Die Straßen hier drum herum heißen... Ich glaube... Dein Tipp von vorhin ist gar nicht so schlecht... Äh... Kann ich nur ein Stück weiter nach hinten... Oder blörrt der es mir dann weg? So... Ich glaube... Ne... Ey... Inka habe ich nämlich vorhin... Hier oben in deinem... Stiko gesehen... So... Und wir stehen an irgendeinem... Kreisel... Dingens... Ika... Senespenna... Ne... Gut... Ich meine... Sowas haben sie öfter... Panamerika... Die habe ich auch noch nicht gesehen... Wo hatte ich denn vorhin die Inka gesehen? Die war ganz kurz da... Und dann habe ich gesagt... Ne... Deswegen können wir nicht hier sein... Weil ich die bis dahin noch nicht gefunden hatte... Jetzt finde ich auch diese ganzen Kreuzungen gerade nicht mehr... Pirola... Quiones... So richtig glücklich macht mich das nicht... Muss ich gestehen... Bolognesi... Salveri... Das Schris... Oh man... Mit den Bergen bin ich bei... Mir bei Peru gar nicht mehr so sicher, nicht? Peru ist in den Bergen... Ist eher trocken... Hätte ich nämlich auch gedacht... Aber wo gibt es denn richtig viele peruanische Flaggen? Vielleicht wirklich hier so eine... Dumme Randregion... Oder vielleicht eine Stadt, die früher mal peruanisch war? Azigra... Primavera... Ich meine, die dürfte ja... Nicht zu weit weg sein... La Fuente... Punta... Wie hieß denn der... See... Avenue Barcelona... Okay, das gefällt mir besser... Wenn die jetzt noch eine Avenue Portugal haben... De las Americas... Okay, die gibt es überall... Der Orlanka... Aber der Rio... Aber der Rio... Na gut, der Rio war vorhin auch kein Rio, nicht? Aber genauso gut könnte es in die Richtung von... Von... Hier rüber... Brasilien... Bolivien, wenn eher gehen... Aber Las Paz sieht... Also für Las Paz und Bolivien sieht es so runtergekommen aus... Eigentlich sieht es auch für Peru so heruntergekommen aus, nicht? Die Hauptstadt von einem anderen Land... Botschaft... Dafür war es auf zwei, drei... Seiten einer Straße... Das war keine Botschaft... Also würde mich wundern, wenn das eine Botschaft war... Kann aber eine Ausnahme sein... Ne... Ne, ich glaube nicht, dass es eine Ausnahme ist... Ich meine, das Inka-Gebiet hilft auch nicht... Weil die Inkas auch von hier nach da gingen, nicht? Und hier hießen die Inkas der Maya in dem Gebiet irgendwie... Weil die sich abgespalten haben... Ich meine, wir könnten genauso gut in... Guatemala Stadt sein... Oder so... Wie heißen die Straßen denn hier? Bolivar... Liberacion... A Pan American Highway... Ne, aber... Das sieht viel zu ordentlich aus... Also... So rein vom... Vom Fahrgefühl... Hätte ich Schiele gesagt oder so... Wir haben auch echt noch gar keine... Äquiasonitas... Hm... Könnte wirklich Ecuador sein, nicht? Aber Quito... Also Quito ist mir... Wir waren ja schon mal in Quito... Fand ich jetzt nicht so riesig... Ich finde Lima als... Umgebung... Lima ist sehr staubig gewesen, nicht? Als wir da mal in... In dieser... Victoria waren... Da am Flughafen... Das war echt eine Sandwüste... Ja, wir müssen einfach weiterfahren... Ich meine, auch hier kann eine... Äquaduianische Firma einfach Werbung schalten, nicht? Das hilft ja auch nicht... War die Simon-Bolivar-Straße... Beziehungsweise... Stadtbezirk... Ja... Okay... Kalle Colimis... De La Americas... Das hat... Haben wir wie gesagt... Jeder Stadt gerade zugeordnet... Also ich muss... Selbst wenn wir hier... Uns fast sicher sind... Jetzt einen Hinweis finden... Ich bin mir nämlich zu unsicher... Riokoka... Sind wir vielleicht in Riokoka... Oder ist das jetzt die Riokoka? Ja, die Straßennamen sind leider alle sehr gleich... Ich habe die Portugal noch nicht gefunden... Manchmal steht hier ja die Top-Länder-Domain... Warte mal... Im Westen... Die Sonne ist genau im Westen... Ich kann nicht mal sagen, ob die im Norden ist... Quito... Okay... Ja, aber gut... Ist Quito denn der Stadtname? Der Stadtname ist Quito... Wahrscheinlich... Okay... Der Bus... Der Bus tut's... Aber wo ist die... Ah, ich kann... Doch, doch, doch... Ich kann mich erinnern... Als wir in Quito waren... Waren wir hier oben in den Bergen... Warte mal... Wo waren wir denn da? Wir waren irgendwo hier... Und da gab's ne Ecke... Äh... Ich weiß nicht mehr wo... Hier oder da... Wo alles ausländische Namen hatte... Da hatte jede Straße... Von... Von der anderen... Ähm... Vom anderen Landennamen und sowas... Hier ist auf jeden Fall auch ne Simon Bolivar... Aber... Simon Bolivar... Gibt's auch in jeder Stadt, nicht? Das ist ja auch nicht hilfreich... Ich meine... Es könnte auch noch ein Quito woanders geben... Hinter dir... Auf dem Logo von Quito... Was ist auf dem Logo von Quito noch? Oder meintest du das Quito? Was hier... Zu sehen war... Äh... Straße... Notre-Diquito... Okay, ich mach mal hier das aus... Dann sehen wir die großen Straßen... Ruta Vita... Aber ich seh... Ich seh... Immer nicht die Straßen... Die wir hatten... Dezember... 8... Äh... 6... Brauchen wir noch... Portugal... Brauchen wir... Also hier ist El Inca... Vielleicht ist da die El Inca Straße... Vielleicht sind wir hier gewesen... Hier ist die... Avenue 6 de Dezember... Auf der sind wir... Und dann müsste hier die Portuga... Hier ist die Chiris... Hier sind wir... Hier ist Rio Coca... Auf der sind wir jetzt... Und... Da müsste hier irgendwo... Brasil... Nach Portugal kommen... Auf der haben wir gestartet... Quasi... Äh... Die muss auch... Die muss auch... Das muss eigentlich ne Gelbe sein... So riesig wie die war... Aber hier ist keine Gelbe... In der Nähe... Aber ja... Mit dem Bus war auf jeden Fall... Ein guter Tipp... Ich übersehe die Busse... Manchmal ganz gerne... Aber... Lokaler Bus... Immer... Eine kluge Masche... Daran zu kommen... Boah... Warum... Ich wette... Die Portugal war nur klein... Rangeschrieben... Und das ist irgend so ne Kack abgehende... Kleine Mini Straße... Auf dem Schild... Und war gar nicht die... Auf der wir uns befunden haben... Okay... Ich geh... Zurück zum Start... So... Und in welche Richtung sind wir? Ich glaube wir sind hier... Richtung dieser großen Häuser... Hier nicht? Das hat mich hier... Aber du kannst recht haben... Das könnte ne Botschaft sein... Ja... Okay... Hier ist ne Botschaftsviertel wahrscheinlich... Aber hier war nochmal irgendwo ne peruanische Flagge... Die hat mich dann... In den Glauben gelassen... Dann Karten... Emblada... Das heißt dann wahrscheinlich Botschaft, nicht? Ich dachte nur es ist ein Hotel vielleicht... Äh... Okay... Emblada... Kann man sich das merken? Embassy... Emblada... Na gut... Kriegt man hin... Okay... Aber peruanische Botschaft hier in der Nähe... Ist die eingezeichnet? Das muss doch ein... So ein Dinggebäude mit so ein... Türmchen sein... Boah... Und... In die Richtung bin ich nicht... Bin in die andere, oder? Bin ich hier lang... Na gut... Wir fahren und gleich müssen wir auf dieses Schild irgendwo treffen... Auf das große... Ich glaube jetzt bin ich falsch rumgefahren... Aber ist ja egal... Hauptsache irgendwas hilft uns jetzt zu... Finden wo wir sind... Zum Beispiel diese große Straße... Wie heißt du? Du heißt... Schiris! Okay... Die Schiris... Die war... Hier... Das würde auch passen... Und... Ecke... Republik... 2... L... Blablabla... Kann ich das besser sehen, wenn ich einmal hier rumfahre? Republika der El Salvador... Okay... Wir sind in der El Salvador-Straße... Die hiervon abgeht... Da ist die Portugal... Okay... Hier irgendwo müssen wir sein in der Ecke... Ah... Hier... Des Salvador... Ah... Dann... Hä? Okay... Interessant... Wie... Wie die Straße auf die münden kann... Ohne dass die Unidaz da ist... Aber na gut... Äh... Nehmen wir hin... So... Jetzt brauchen wir nur noch den... Eckennamen von unserer... Dann haben wir's... Dolbevia... Doblevia... Dum dum... Zu Ekiah... Zu Ekiah... Hmm... Weiß das vielleicht nur Doppelstraße und das gar kein Straßenname... Könnt auch sein, oder? Ich mein die Botschaft... Für... Was ist hier? Coca-Cola... Wir fahren mal in die andere Richtung... Vielleicht... Ich glaub da war die andere große... Mh... Sportplatz... Genau... Hier war die andere große... Und die hieß... Wie... Da in dem Gebäude... Da ist auch unser Name... Das ist die Portugal... Okay... Also wir sind zwischen Portugal... Egal... Können wir eigentlich nur hier irgendwie sein... Dann stehen wir hier nicht... Aber hier steht nicht Botschaft dran... Wer ist unsere... Republik de... El Salvador... Ja... Aber die... Die beiden Straßen... Es ist alles sehr verwirrend für mich... Also ich komme auf die Portugal... Wenn ich in die... Eine Richtung fahre... In welche Richtung fahre ich denn? Ich fahre in die... Nördliche... Und ich bin auf der... Wenn ich auf der nördlichen fahre... Und ich starte... Hier ist... Schade, dass es nicht an diesem Gebäude... Dran steht... Das hier wäre echt hilfreich... Hispanica... Malaga... Sehen wir Hotel Malaga... Okay... Wir müssen das über die Straßen... Über die Straßen machen... Wir sehen weder die Botschaft... Noch das andere... Also ich sehe es nicht... Das ist vielleicht die bessere Aussage... Ich sehe es nicht... Also das hier ist die El Salvador... Auf der wir uns befinden... Es macht doch Sinn... Das ist die Doppelstraße... So... Und wir fahren... Auf die Botschaft zu... Und unsere Straße geht nach... Südosten... Ab... Könnte also die hier sein... Könnte aber auch die hier sein... Deswegen macht das so einen Bogen... Aber dann... Dürfte hier halt nichts sein... Wir müssen in irgendeinem dummen Knick hängen... Was... Wo komme ich denn hier hin... Wenn ich hier lang fahre? Hier bin ich noch nicht lang... Hotel Astria... Sehe ich auch gerade noch nicht... Ah... Steht auch wieder nicht dran... Pandaria Delhi Swiss Hotel... Hmm... Vielleicht wirklich hier... Oder so... Oder so... Ich meine... Hier ist Austria... Ediflo Malaga... Hier Malaga haben wir doch bei uns... Wir stehen vor dem Malaga... Ja... Dann stehen wir jetzt hier... Das ist... Südwestlich... Norden... Osten... Süden... Westen... Ja... Bam... Komm... 3,59m... Wir sind erlöst... Mein Gott... Oh... Das... Das war eine... Echt fiese Irrfahrt... Aber ohne in die Richtung zu fahren... Ich weiß gar nicht... Na gut... Vielleicht wenn wir hier zu dem gekommen wären... Zuerst... Da wäre vielleicht auch schon ein Bus gewesen... Hätten wir es wahrscheinlich eher gesehen... Und da ist Atahulpa übrigens... Das heißt der Bezirk heißt wahrscheinlich Atahulpa... Okay... Oder zumindest die... Runde 3... Ach... Somewhere in... Afrika... Oder so... Oh ne... Doch nicht... Oh... Guck mal... Im Süden... Meer... Sehr sehr ordentlich sieht es hier aus... Es könnten nördliche Marianne oder sowas sein... Krall... Okay... Auf irgendeiner... Ehemaligen... Niederländischen Insel... Niederländischen Insel... Ich hoffe wir können weiterfahren... Wir sind direkt am Meer... Seaview Drive... Okay... Dann vielleicht doch in... Puerto Rico... Urlauber... Aber wegen sowas spielt man doch Geogässer... Also ich finde... Zumindest deswegen spiel ich's... Auch mal sowas zu sehen... Ich mein ich fahr nicht in echtem Urlaub... Da brauch ich sowas einfach... Okay... Okay... Hier ist... Ende... Aber da vorne ist ein gutes Schild... Dass ich nicht rankomme... Leider... Schade... Okay... Ich will nicht nochmal alles zurückfahren... Wir fahren mal... Hier lang... Da steht was... Ich wahrscheinlich nicht lesen werden kann... Melkhutboots... Wale... Okay... Wir können in die Straße reinfahren... Jetzt bin ich mir gespannt... Ich muss mehr trinken... Mehr trinken... Prost... Wahrscheinlich habe ich schon wieder 80 gute Hinweise übersehen... Weil ich sie einfach nicht deuten kann... Okay... Und die Straße wurde erst kürzlich gemacht... Von einer Sandstraße zu einer guten Straße... Da steht was... Franz Krall... Ja gut... Das wussten wir schon... Okay... Wir gucken mal kurz die beiden Inseln... Die ich... In Verdacht habe... Kurz an... Ob ich im Süden einen Franz Krall sehe... Nee... Kein Franz Krall... Aber die sind auch nicht niederländisch... Nicht niederländisch sind die hier drüben... Irgendwelche... Aber die haben glaube ich keine Abdeckung... Na ich weiß nicht... Welche von den Inseln im Abdeckung hat... Und welche nicht... Und welche davon niederländisch ist... Weiß ich auch nicht... Das ist ja... Dann das... Hauptproblem... Und Franz Krall wird auch nur so ein... Richtig kleiner... Ort... Sein... Und nichts Größeres... Es hat auch die Frage... Ob das dann in den Inseln irgendwie dran steht... Auch überhaupt... The Settlement... Das wird sein... Nee... Straßen... Äh... Das wird sein... Nee... Niederländische Überseegebiete... Was haben die denn alles erobert... Und haben es halten können... Nicht viel, oder? Ja... Wie will es denn... Franz Krall... Ja... Ja... Da kommt ein Schild, da geht es bestimmt nach Franz Krall. Nein, nach Klein-Baei. Okay, interessant. Was mich stutzig macht, dass das so ordentlich alles aussieht und so gepflegt. Und aufgeräumt, auch hier so Gärten gemacht. Gut, keine Touristen gegen sein. Stromkästen ordentlich am Rand. Straßen neu gemacht. Immer schwierig, wenn man Straße und Ort kennt, aber nicht weiß wo. Schild, komm. Free Entry Jungle Gym African Penguin and Sea Bird Sanctuary. Cape Jungle Kids in Südafrika. Okay. Ach, dann ist das hier, wie hieß diese Sprache? Afrikaans. Aber wo spricht man die? Gut, muss irgendwo im Süden ja sein. Hier ist Trusbei. Süderstrand. Asfontaine, die habe ich auch manchmal. Frank Skrall. Da haben wir es. Und Gun Spy. Und wir stehen in der... In der... In der... Lat... Proof... Angs. Wir können eigentlich nur hier... Wir kommen direkt bis zum Wasser runter. Sea View Drive. Genau. Aber hier steht nicht dran, wie die Straße heißt. Ah, doch. Da, da, da bestimmt. Mayor Street. Mayor Street. Da. Ecke. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, auf welcher wir sind. Okay. Hier ist ein Laden. Okay. Value. Den es natürlich nicht gibt. Gut. Vielleicht wurde der umbenannt. Das... Oder der steht hier nicht drin. Da ist ein... B&B. Gut. Das wird nicht dran stehen. Franz... Rau... B&B. Warum hat diese Straße... Wirklich. Alles hat immer Namen. Aber die nicht. Aber das ist die vor der Kurve. Das hier ist die Kurve. Das hier ist die Kurve. Und da müssten wir eigentlich in der stehen. Was aber nicht geht. Das ist wieder merkwürdig. Junge Leute, die nichts zu tun haben in den Ferien. Mir fehlt die Straße, die hier reingeht. Ist das... Soll das die Straße sein? Das könnte hier sein. Ja, dann stehen wir jetzt da. Bingo. 1,34 Meter. Puh. Alles klar. Runde 4 von 5. Jetzt. Das fühlt sich doch ein bisschen mehr nach... Staub an. Last Pass. Oh. Ja gut. Gehen wir erstmal... Spontan. Es gibt auch Last Pass in Peru. Jetzt kann auch das kleine Last Pass irgendwo da sein. Bei dem Last Pass wäre das krasse... Da müssen wir dann unbedingt hinfahren. Wenn man in der Region ist. Die haben so eine richtig krasse Kante. Also das ist unglaublich, dass das von Natur geformt worden sein kann. So eine glatte Ebene. Und dann einfach so ein steiler Hang, wo es runter geht. Und dahinter wieder tausend Meter hohe Berge. Einfach nur... Verrückt. Und dass man dann da eine Stadt reinbaut und die aber den Hang runter baut. Anstatt hier oben. Wo es auch Wasser zu geben scheint. Das ist dann wieder typisch Mensch. Aber es sieht mir eigentlich so aus, als ob wir nur Richtung Last Pass fahren. Vielleicht irgendwo auf einer dieser Straßen. Route National 2 oder so. Ich meine, da steht ja nichts dran, oder? Mas R irgendwas. Na gut, wir fahren bis zum ersten Schild. Auf der Straße müssten sogar Schilder vorkommen, wenn wir Glück haben. Vielleicht mal eine Runde, die wir unter 30 Minuten schaffen. Dann kann ich... Vor 20 Uhr noch fertig werden. Wir müssen nämlich noch Flangenrat machen. Wobei ich hoffe, dass ich da nicht ganz so schlecht bin. Ja, es kommt immer auf die Flangen drauf an. Tja... Villar Compancho hilft mir auch noch nicht. Ich suche jetzt nicht irgendeinen Fuzzelort raus, der vielleicht gar nicht eingezeichnet ist. Wingsinn kann man hier bei Google Maps gut fahren. Es gibt einige Orte, wo man ständig umgedreht wird, wo man zurückgesprungen wird. Das ist dann ziemlich nervig. Aber hier kann man richtig gut navigieren. Das macht dann auch Spaß, wenn man einfach auf so einer Straße vorankommt. Und man merkt, der springt 10, 20 Meter mit einem Ding. Und das ist nochmal was anderes, als irgendwie 80 mal zu klicken und irgendwie nur einen Meter voranzukommen. Das ist dann immer ziemlich frustrierend. Na, jetzt zum Beispiel. Wenn er abbremsen muss und dann sich das erst anscheinend wieder umstellt, wann Fotos aufgenommen werden. Von 2022 teilweise die Bilder. Ist doch gar nicht so alt. Jetzt von 2019. Monopol Pintruas. Aha. Was? Straight südöstlich. Aha. Jetzt zum Beispiel. Jetzt wurden wir zurückgesetzt. Weil der gerade überholt. Oder fahren wir... Wir fahren in die... Hallo? Wir fahren auf der anderen Seite. Aha. Kann ich wieder zurück. Und Zeitreise. Hier ist ein Fluss. Hier ist ein Fluss. Aber ja, ein Bach. Ja, gut. Der kann größer werden. West-Ost verläuft der. Aber ja, ein Bach. Ja, gut. Hier kommt eine Tankstelle und dann macht unsere Straße langsam knick. Und da ist ein Schild gewesen. Gasoline, Doppelkerosin, Alenzion. Tja, irgendwo... Irgendwo hier. Warum konnten wir nicht in der Stadt starten? Okay, aber die Straße geht Norden, Osten, Süden. Eigentlich so. Nicht? Die gefällt einem schon ganz gut. Und jetzt macht sie aber einen Dreher nach Osten. Also so. Die geht so und dann so. Also wenn er hier sowas... Und hier ist auch eine Tankstelle. El Cucuta. Aber unsere... Cucuta. Okay, dann sind wir gerade jetzt hier. An der Stelle. Das würde auch das nach Las Paz erklären. Jetzt ist nur die Frage, wie hoch stehen wir auf dieser Straße? Wir stehen ja einfach nirgendwo. Und weil hier gebaut wird, lässt man auch schwer erkennen. Ich glaube, da vorne ist die andere Tankstelle, die da. Und dann haben wir hier eine Straße, die rausgeht. Nach dahinter. Das ist nach Südwesten. Norden, Osten, Süden, Westen. Vielleicht hier. Ich gucke nochmal, ob das da oben eine Esplaya Werder ist. Und entweder haben wir Glück oder wir haben nicht Glück. Die Straße macht noch einen Knick da oben. Macht sie bei uns nicht. Ach. Schade. Dann müssen wir eher hier sein. Dann stehen wir hier. Ja. Dann würde das diesen Knick erklären. Und das würde auch die Straße hier hinter erklären. Die jetzt langsam auf uns wieder zuläuft. Und dann sind wir vier dichter. Die Tankstelle ist nicht eingezeichnet. Dann sind wir vier dichter hier oben. Aber daneben uns diese Straße ist, die hier reingeht. Und hier ist die zweite. Wir stehen also an der südlicheren Straße von den beiden. Bup. Und wir stehen da oben. Okay, die Straßen sind nicht eingezeichnet. Die rechte gibt's nicht. Ja gut, ist halt blöd, wenn wir in der Bauarbeiten sind. Ah. Ich bin doch viel weiter gefahren als dieses Stück gerade gefühlt. Aber wir sind gut vorangekommen nach Süden. Ich glaube, die Schritte nach Süden waren viel, viel größer als die, die nach Norden gegangen sind. Und dann fühlt es sich immer ganz anders von den Fahrverhältnissen an. Dann denkt man, oh, das war eine riesige Route, obwohl man, weil man 50 mal klicken musste. Und hier hat man hier 50 mal geklickt. Und dachte, oh, das war gar nicht so weit. Hier ist auf jeden Fall der Fluss gewesen. Ja, aber wenn hier alles nur noch Mauern sind und gebaut wird, ist halt schwierig, dann einzuschätzen. Ich meine, hier war eine Baustelleneinfahrt. Den Laden gab's nicht. Ah. Na gut. Und die beiden Straßen gab's nicht. Vielleicht waren das die beiden, die dann hier auf den Weg führen. Ah, ärgerlich. Vier Pünktchen liegen gelassen heute. Tampin Gemas. Will ich wissen, wo ich bin? Ich will nicht wissen, wo ich bin. Balai Police Tebong. Du kannst mich auch mal tebong. Kage Kuala Sunga Melaka. Äh. Da. Tebong. War Tebong nicht irgendwo in, in Malaysia? Hier steht auf jeden Fall Selamatatang. Selamatatang war aber das hier nicht. Irgendwo. Ah ne, Selamatatang heißt willkommen. Genau, so war das. Willkommen in Kage Kuala Sunga. Tebong Melaka. So. Melaka. Malaka. Ist hier. Schreibweisen sind Schall und Rauch für Google. Deswegen vertraue ich da nicht drauf. Und was steht da Tebong? Wenn jetzt hier noch eine Stadt ist, die Tebing, Tebong, Tebong ist. Wäre ich ziemlich glücklich. Krubong habe ich gesehen. Yasin. Gut, Melaka. Eventuell ist Melaka auch nochmal woanders. Das ist wirklich was unterschiedliches ist. Kelatang, Teranganu. Wie heißt denn ganze Region heißt? Betang, Malaka. Melaka, Malaka. Aber hier wird es auch mit 1K geschrieben. Hier mit 2K. Da kann ich mich wirklich wieder nicht drauf verlassen. Trendak. Tanga. Ne. Tebong. Batu. Kampung. Gut, wie sieht es hier aus? Eher ein bisschen einfacher. Achso, hier stand ja auch auf der 1. Vielleicht sollte ich auch einfach die Hinweise nehmen, die ich noch habe. Nach Tampin und Gemas. Gemas. Okay, also irgendwo auf dieser Route sind wir. Das Betang, Malaka. Alles klar. Und unsere geht nach M141. Das macht mich unglücklich. Hier ist die M129. Wo ist Tebong? Wo ist Tebong? Ja, das Tebong sehe ich nicht die ganze Zeit. Tebong liegt südlich. Zelandakasunga. Kembasinga. Auch immer toll. Auch immer toll. Die beiden stehen dran. Die Hauptstadt steht nicht dran. Oder große Stadt. Ist das die Hauptstadt? Ja. Ah ne, Kuala Lumpur. Stimmt. Kuala Lumpur, da war was. Aber dieser kleine Ort steht drangeschrieben dran, aber steht hier nirgendwo. Hm. Okay. Dann gucken wir nach der M149. Hier ist die J. J. Da sind Ns. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf der Seite. 145. 155. 131. 109. 114. Das J. Also wir sind auf jeden Fall in Malaka. Nicht unbedingt. Die Ms gibt es auch noch außerhalb. Gut. 167. 149. 149. Ich meine, ist das nachher so eine ganz kleine Straße hier? Das hatte ich auch schon mal, dass das nur so eine Zubringerstraße in der Stadt selber war. 149. Hier. Nur dieses Stück. Jajaja. Sowas Blödes. Okay. Das heißt, wir stehen ja dann genau da. Das macht auch Sinn. So ein T-Bong. Wo ist T-Bong? Gibt es auf dieser Straße einfach gar nicht einen T-Bong. Es gibt einen Matcha Baru und einen Kazunga. Hier. Kampung T-Bong. Da. Das kleine Ding ist es. Was nicht mal in einen Zoomstufen dran steht. Weil. Ah. T-Bong Estate natürlich wichtiger ist. Und Kazunga. Ha. Egal. Äh. Ich glaube mehr brauche ich gar nicht, oder? Da können wir eigentlich eine schnelle Runde machen. 98. Und. Die Results sind da. Komische Verteilung heute. So. Zwei da. Zwei da. Sieht aus wie so ein Gesicht. Wir waren in Thailand. 13 Minuten. Ecuador. 44. Also das war wirklich. Ganz schlimm. Äh. Südafrika. Neun Minuten. 51. Bolivien. 7.58. Das geht. Und Malaysia. Sechs. In Bolivien. Leider. Vier Punkte liegen gelassen. Nur. 29.996. Pfff. Mein Herz. Okay. Und jetzt wieder. Vier Flaggen. Bis wir vier haben. Fünf sind natürlich besser. Aber. Fangen wir mit vier an. Uh. Ha. Ich hoffe. Die Niederlande. Ah. War das Singapur? Oder war das. Naja. Das war Tunesien. Ah. Singapur hatte oben links die Dinger. Ah. Diese ganzen roten. Weißen. Halbmonde. Integral. ثenter. Niederrs. Es ist nicht Indien. Nicht Mali. Ist das dann Guinea? Ha. ich weiß nämlich immer, wenn die Flagge kam, gehe ich instinktiv zu Niger aber ich weiß, dass Niger nicht Indien ist von der Flagge her jetzt und deswegen ist es Guineer komische Eselsbrücke aber gut oha boah, das hatte ich erst einmal die Weihnachtsinsel ne ne, die Weihnachtsinsel nicht aber es sieht halt weihnachtlich aus wo könnte es sehr weihnachtlich sein ich meine, sowas könnte man sich vorstellen in Bangladesch Belarus ok Bangladesch hat einen roten Punkt ok hier hätte ich eine ganz andere Flagge erwartet aber mit so einem Webteppich drauf nicht hier haben wir diesen schönen Vogel und dieser schöne Vogel der müsste in Dominika leben, oder? jawohl drei nur brauchen wir noch eine Runde na, manchmal hängt das ähm das war Serbien nicht nein Montenegro ah Serbien ah stimmt Serbien wie Tschechien und Slowakei und Co von den Farben Montenegro na gut erste Runde direkt verkackt ist das Togo das ist Togo ok guinea gut ah welcher von denen war das hier war das Angola nee Angola Merkel war was anderes so wurde mir das beigebracht die Demokratische Republik die hatte glaube ich die hatte noch was ich nehme Zentrale die Sambia da drunter ah Sambia die Zentrale ah Zentrale hat da alle Flaggen und ein Kreuz und Pipapo ok Sambia Sambia das sieht komisch aus äh beim letzten Mal habe ich mich reinlegen lassen entweder ist es St. Vincent oder Vanuatu ich glaube das ist St. Vincent nicht ne ist das Wunatu natürlich ist es St. Vincent Wunatu war nicht das V das umgekippte V oh man immer diese 50-50 Chancen nur noch auf 2 runter ok Panama Panama Ukraine das hat man gelernt inzwischen das kann man ja und dann kommt so ne Flagge was soll ich denn davon halten lasst mich raten das ist was was südlich ist aber eigentlich nördlich liegt das kann ja so ziemlich alles sein von denen kennen wir die ganzen Dinger von denen kennen wir die Dinger hier hinten das meiste ja das kennen wir alles also was wie Chachikistan kenne ich nicht aber dem würde ich das nicht zutrauen eigentlich haben die hier so ne also äh wie heißt das hier französisch Guyana hat so eine nur gedreht vielleicht ist das Belize oder so ne Sant Lucha Belize hat irgendwas mit was draufstehen wahrscheinlich steht Belize drauf Sant Lucha okay oh ah Zypern das ist schwerer als ich es zugeben möchte irgendwie hab ich ein Problem mit diesen Flaggen die so dreifarbig nur sind ich kann mir nämlich immer die Reihenfolge der Flaggen nicht merken ich weiß einer von den dreien hatte auch so ne komische Flaggen Farbe ich sag Rumänien keine Ahnung ah ok das war Rumänien weil ich weiß einer in Afrika hatte die ähnliche Flagge nur ein bisschen anders da komm ich nicht drauf klar aber wir haben vier sehr gut aber wir machen noch eine Runde Dänemark das kennt man das hatten wir jetzt heute schon zweimal oder das ist wieder Guinea ja ok das hatten wir heute auch das war Sambia das kenne ich auch und jetzt müssen wir nur ein bisschen suchen äh wo es ist das sind so ein paar Inseln ich glaube das war Tuvalu genau weil das hier gespiegelt Tuvalu für mich ist oder so keine Ahnung warum aber so konnte ich es mir merken Republik de Costa Rica ok das ist das liebe ich am liebsten steht es einfach drauf und damit haben wir fünf und wenn man fünf hat ist es am schönsten und dann soll man damit aufhören und dann können wir nämlich jetzt das Spiel wechseln ja schön und das vor 20 Uhr das heißt das war ein sehr erfolgreicher Tag heute muss man ja auch mal so sehen so ich mach mal Stopp für YouTube ich sage Tschüss YouTube und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder job